Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Stärken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. Zwei Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Und du? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Du bist nicht wie Will. Reinigungsteam zur Krankenstation 3. Vier Subjekte müssen beseitigt werden. Wiederhole. Reinigungsteam zur Krankenstation 3. Vier Subjekte müssen beseitigt werden. Hol ihn da raus. Kannst du gehen? Stoppt, Ayers. Ich kann ihn. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Ich komme. Nein, ich! Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Hier. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen und wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Beeilung! Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt. Zurück! Willkommen! Verdammt! Vielleicht obenrum. Wir finden einen Weg. Mitchell, na los! Die Haftlinge sind entkommen und bewaffnet. So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter zwei Stunden. Verdammter Scheiße. Ruhig bleiben. Schön ruhig. Gideon, hier ist Ilona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Ilona, kommen! Verdammt! Was? Die Tür ist zu. Machst du mal... Sequenz gestartet. Fertig. Das ist also 1 Zukunftsvision. Er ist wahnsinnig. Damit darf er nicht durchkommen. Aus dem Weg! Los! Wir schaffen das. Okay, ich sehe ihn. Ich bin schwer in der Verluste. Brutatruz. Bremdgranate los! In Deckung! 2 Uhr. Wir müssen weiter. Auf den scheiß Boden! Langsam, wir... Ruter jetzt! Oh mein Gott! Du, keine verschissene Bewegung. Zurück, Ruter, ich schieße. Na los, zur Tür! Zurück! Zurück! Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas, Kommandocentrale. In der Stadt. Die Luke! Na los! Wo zum Teufel sind wir? Das klingt nicht gut. Scheiße! Nicht gut! Wir müssen raus! Da! Ein Luftschacht! Unter dem Wagen! Mitchell! Hilf mir! Wir müssen den Wagen anschieben! Los, schieben! Hier durch! Bewegung! Komm schon, Mann! Scheiße! Mitchell! Mitchell! Hab dich! Das war knapp. Sonnenlicht! Wir sind fast draußen! Wir müssen den Manticore-Start melden! Gideon, hier ist Ilona. Ich hab ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell! Kormek, geht's nicht gut. Hier durch! Hinter dieser Tür erwartet uns ein Kampf. Der Heli! Den nehmen wir! Ich seh' uns runter! Erwischt! Erwischt! Kontakt! Zwei Uhr! Erwischt! Okay, ich seh' ihn! Danke für die Rettung! Zwei Uhr! Pistole auf zwölf Uhr! Wir schaffen das! Waffe auf zwölf Uhr! Okay, ich seh' ihn! Guter Schuss! Ich seh' ihn! Einer hab' ich! Sieh' dir das an! Er ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Kormek finden. Na los! The Light! Gehen wir! Los! Los, zum Heli! An alle Stationen! Hier ist Sentinel-2-1! Hört mich jemand! Versteht mich jemand! 1-1 hier, Kingpin! Wir hören! Dachten schon, wir hätten sie verloren! 1 plant Bio-Waffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten zwei Stunden! Verstanden! Verfolgen ihrer Position! Schicken Luftunterstützung! Kingpin! Hören Sie! Dankt! Festhalten! Auf die Beine! Aufpassen! Scheint noch zu funktionieren! Auf manuell schalten! joined. Vach! Schicken Luftunterstützung! Schicken Luftunterstützung! Es geht zur Füsey-4! A-T-Fakt-4! Spannung! Spannung! Wir gehen!